Hey, ich freu dich weiter, ich dobel Aufhammerprogramm. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin und tschü tschü. Gut, hier kommt noch ein kleiner Nachfrag. Ja, ich werde jetzt mal schauen, wie ich das dann übernehmen kann. Es wird noch eine dritte Möglichkeit, die ist mir eingefallen, aber da muss ich erstmal schauen, ob das Laptop funktionieren würde. Und zwar wäre das mit dem Laptop. Wäre die Möglichkeit, mit dem Laptop alles draufzuziehen, da kann ich mobil quasi das machen. Also auch die Frage, der Laptop ist gerade nicht der Besten. Und nicht gerade der Besten. Und ich merke auch gerade, es waren Fehlannahmen. Irgendwie... So, dass ich jetzt schon nach einer Minute wieder rede, eigentlich gar nichts ist. Heißt, wir können noch weiter aufnehmen. Von daher würde ich sagen, reden wir jetzt wieder nochmal und nicht wie so ein... Ja, ich... Ich... Keine Kraft ausdrücken. Ähm... Gut. Ähm... Komm, wir machen uns nicht weiter rum. Wir gehen die Arena. Ich will jetzt auch was erreicht haben hier. Und deswegen gespeichelt haben wir schon. Wir können nicht mehr als jetzt total abkacken. Sondern wir verlieren ein bisschen Geld. Und von daher würde ich sagen... Äh... Von daher könnte ich einen Doppelkampf. Gott, ich werde so leiden jetzt. Ich will erst... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Äh... Für den Fall einfach, dass jetzt irgendwas schief läuft. Ich weiß es nicht. Weil... hab ich so leid, was habe ich noch nicht gemacht. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. was wollte ich machen? die arena? kann ich mal schön knicken denn man sieht es selber ja, das ist ausweglos für mich die situation, da kann ich jetzt auch vorspuren, weil das macht jetzt auch keinen großen Unterschied wir kriegen wahrscheinlich noch fritzelblitzel runter, aber ja, eins steht, das pokémon von mir stirbt jetzt auf jeden fall und das steht schon fest aber dann krieg ich wenigstens gar nur wieder die ep von fritzelblitz was holen wir mal rein, was holen wir mal rein, ja, was holen wir mal rein, was holen wir mal rein, Luxi wird uns nicht so viel prügen äh, Staravia ist gleich da und daher können wir trotzdem mehr win oh, ich will ähm, ja, ja, so ach, nein juhu, Warno will es nur 19 und Pan, Pirol löstet sich wollte aber, naja, gut, das kann jetzt nicht spielen, aber wie Donnerschlag Luxi, Donnerschlag Wo hat es die Hände dafür und das jetzt tut es, also es ist keine Ahnung, komm ich mag ne, nein das seh ich gar nicht ein so war schon ist dann oh weiß, wie wir dich treffen, oder so hihihi aber dann müssen wir rauszuziehen, bisschen nur um mir jetzt noch mal einer rein zu hauen und jetzt, dass ich was sterbe, ja, super also, mit das wir haben beide zwei oh, 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 oh ähm, ja ja das wird ja schon so, ja, Schockweil ist schön, 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 schön ach, gade, ey ich will einfach nur den Trainer noch packen, irgendwie ich weiß noch nicht wie, aber ich wills packen und da spule ich jetzt auch vor, weil Baumwollsalat macht das jetzt immer langsamer und ja, das macht auch ne Spielschaden und das macht auch irgendwie gar nichts anderes mehr so, aber warte, hier ist weg auf jeden Fall wollen wir das erlernen also Angeberei da hört zur Lösung der Ladevorgang ein und Schockwelle ja, es ist weg, sag ich jetzt danke bitte entwickle dich, bitte entwickle dich, bitte entwickle dich bitte entwickle dich, bitte entwickle dich na, nächstes war 21 hoffe ich ansonsten ist mein Problem, wie level ich das wenns nicht 21 war wieviel war's dann ähm ja das Schöne wäre natürlich jetzt, wenn wir das woanders dann als da oben lernen können weil da gibt's wohl keine Dings da nach oben sondern das ist der Dörrjok Terribug was uns doch einen guten schaden angerichtet na, was waa was was hab ich gesagt guten schaden äh aber wir hatten ihm nix angerichtet das war so eher das Problem Das ist ja jetzt aber schon ein bisschen anders da. Das zieht doch echt gar nix ab hier. Warum? Ist doch eigentlich auch ein Step? Bitte? Hallo? Wann fühlst du dich auf einmal? Ah, schön schon mal, dass es regnet. Wutfix. Naja, das ist doch gar keine so schlechte Idee hier zu leveln, weil es geht auf jeden Fall. Gretan ist auch sonst grab. Das ist jetzt langweilig, aber ich... 25 mindestens. Dass wenig Schaufler noch kann. Ne, ich hoffe dann jetzt auf 27. Normalerweise. Wer weiß, wann es das hier erlernt. Es entwickelt sich nicht. Es entwickelt sich einfach nicht. Ich habe in Erinnerung, dass ich es schon längst hätte entwickeln müssen, aber anscheinend nicht. Heilen. Ja. 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 Ich unterlege das jetzt einfach hier mit irgendeiner Musik, die mir gerade einfällt und da ist es wenigstens zu langweilig. Ich bin in Erinnerung nicht mehr da. Ich bin in Erinnerung nicht mehr. Ich hab mir mal vorn, oder nicht mehr da. Ich bin in Erinnerung. Und wenn ich bin, bin ich nicht mehr. Das geht nicht mehr. Und weiter geht's.